So, ich bin mal in einem Anwesen, so genau. Boah. Ah, komm, die stehen noch hier alle hier. Genau. Oh, 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 schön zurück. Okay. Okay, wir haben gerade alle einen, alle guten Zauber mal verballert. Aber irgendwie ist das merkwürdig, dass hier gerade das Gebiet hier sehr mit Frameraten-Einbrüchen zu tun hat. Das ist vielleicht nicht ganz so geil, wenn die Maps zu groß sind. So, das war das. Komm her, Junge. Alter. Einfach immer drauf. So, na gut. Ein Mörser. Du hast Nervenjäger, einfach so ohne Einladung in meine Villa gestürmt zu kommen. Ich muss sagen, die anderen Jäger hatten wenigstens den Anstand zu sterben, ohne meine Teppiche vorher mit ihrem sterblichen Dreck zu beschmutzen. Lass mich dafür sorgen, dass du nicht allzu weit kommst. Es wird ewig dauern, deinen Gestank loszuwerden. Oh, ich stink' eigentlich ganz gut. Komm. Genau. So. Wieder innerweg. Ja, wir müssen halt langsam arbeiten. Oh. Oh, das hat uns geheilt sogar. Na gut. Ja, wir müssen halt hier Stück für Stück müssen wir hier uns durchackern. Das Gebiet ist hier echt ziemlich groß. Das hätte ich gar nicht erwartet. So, komm hier mit Laserbeam. Oh, der hält sich jetzt gerade. Wir waren ein wenig zu weit weg. Von Hauptaction. Okay. Geht doch. Hat er ja auf das Gesicht gekriegt. Oh, ich hab den Stuhl kaputt gemacht. Oh, das tut mir jetzt aber leid. So, wir sind erst mal im Erdgeschoss. Du musst erst mal das Erdgeschoss sein. Boah. Das macht der Ende wieder. Oh, komm. Ich hänge wieder. Ich hänge. Ich konnte noch gerade so hinkommen. Heilen, heilen. Boah, ey. Das ist so nervig. Ich muss jetzt hier wieder ein bisschen zurückziehen. Okay. Boah, lass mich doch in Ruhe. So. Schimpf wie ein Vampirritter wieder. Wir können uns gerade nicht bewegen. Okay, wir müssen uns gerade auch mal wieder heilen. Boah, zur Seite. Alter, diese blöde Essenz, ey. Stirb einfach mal. Ich bin ja gerade auf dem Keks. Ständig nervt die auch noch mit hier. Als ob man nur einen Gegner hätte. Die Essenz. Ja, schießt voll daneben. Lässt sie nicht betäumen. Licht. Jetzt hat er sich betäumen lassen. Okay. Einfach nur draufhauen. Einfach nur die ganze Zeit. So. Das gibt's doch nicht. Mensch, wie viel hält denn der jetzt hier noch aus? Boah, ey. Wir werden hier auf den Keks gehen, ey. Das war jetzt aber auch ganz schön. Okay, hier geht's noch weiter durch. Da will ich noch nicht lang. Gehen wir mal hier ins Hoch. Innere Wächter. Ja, es geht keine Ruhe. Naja, komm. Dich machen wir mal blatt. Ah, ach so. Ich lasse hier auch kaum Erfahrungen geben, die Leute. Jetzt weg ist er. Okay. Ist noch, äh, Heiltrank. Okay, den brauchen wir gerade nicht. Das ist ein ziemlich fettes Level. Wenn ich ehrlich sein darf. Hätte ich gar nicht so erwartet. Noch mal doppelten Charme. Er war weg. Können wir ja gerade mal machen, kurz. Oh, ein Heiltrank. Das war auf jeden Fall was wert. Wups. Das hatte ich jetzt nicht erwartet, dass wir so blöde springen können. Hm, wieder zurück. Naja, mein Tee ist auch schon wieder leer. Doppelter Schaden, doppelter Schaden, doppelter Schaden, doppelter Schaden. Sehr gut. Ja, beide in einer Line. Perfekt. So macht man Gegner blatt. Okay, jetzt sind wir hier rüber und da geht's schon wieder weiter mit Campelitis. Kommt vielleicht doch gar nicht mal so schlecht, wie wir hier schon stehen. Okay, kommen schon ganz viele an, hier randet hier gerade von denen. Los, schnell auf Kies gehen. Naja, jetzt kommt er. Okay, jetzt kommt er. Tja, das nennt man Augenmaß. Gutes Augenmaß hilft. Ja, ich denke mal, der wird man wahrscheinlich dann nachher nochmal lang gehen müssen. Aber jetzt brauchen wir erstmal noch nicht hoch. Können wir nicht vielleicht hoch? Ne. Stört schon allein schnell Kuhnlöchter. Ne, keine Chance. Aber danke, dass du mir eine Karte gibst. Sogar noch die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Komm her, Junge. Ich bin gerade aufgebufft. So. Noch mal echt doppelt ein Schaun. Immer gut. Ja, jetzt sind wir ja erstmal. Oh. Ich kann unsere kleine Wiedervereinigung gar nicht erwarten. Lehrer und Schüler erneut von Angesicht zu Angesicht. Du bist kein Lehrer, Gabriel. Du bist nicht einmal das böse Genie, für das du dich selbst hältst. Du magst ja hunderte alt sein, aber in all dieser Zeit warst du nichts weiter als nur eines. Erleuchte mich, Vicky. Bitte sag mir, was ich will. Du bist ein Blutsauger. Hm. Ja, das hätte ich gar nicht erwartet, dass das Level so lang ist, ey. Ich schnitzel mich ja hier schon seit einer halben Stunde schnitzel ich mich jetzt hier schon durch. Okay, wir können hier lang gehen. Wir können aber auch hier lang gehen. Aber ich gehe erstmal hier längs. Tja, wenn ich zwar noch einen Partner hätte, der mit mir spielen würde, aber ne, gut. Let's ask das ist eine NASA-Story. Ach komm. Geh auf mit dem Scheiß. Essensgast. Nein, nein. Ich bin auch Gast. Ich komme nach dem Blatt. So, weg ist er. So, der erstmal... Ach komm. Dann du erstmal weg. Geht doch. So, Schritt für Schritt komm mal voran. Na, schon genug Teppich wird, wie es leckert. Ich habe gar nicht erwartet, dass das Level so fett ist. Also... Da haben sie echt nochmal so ein bisschen was ausgedacht. Das sieht aus. Irgendwas, ein Geheimnis. Nur was beim Heilen. Geheilt sind wir erstmal. Ne. Gut. Oh, Spinnen. Explodieren. Spinnen. Problematisch? Ja, auf jeden Fall. Das ist so schön. Das ist so schön. Boah. Na, vorsichtig sein. Gut, den gehen wir mal hier rein. Bis doppelten Schalen. Nee, gibt's nicht doppelten Schalen. Scheiße. Äh. Ja. Ihr wisst schon, ich wollte was anderes sagen. Ich wollte nicht dieses böse Wort sagen. Nicht wirklich toll. Das wollte ich sagen. Doof, wollte ich sagen. Ja, was ist doof? Ist das? Hör mal auf mich zu hauen. Tue ich das mit dir? Ja, die ganze Zeit schrecklich. Das ist ja auch schon wieder sauer. Immer sind sie sauer, wenn ich sie haue. Ich bin ja auch schon. Ja. 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 Senz der Magie. Und du hör auf mich zu beschießen. Mach ich das mit dir? Boah, hier sind die neu. Boah, sehr schön. Nebel verbreitet. Ja, Nebel ist immer verbreitet. Och, das gibt's doch nicht hier. Wie viele Dinger sind denn hier noch? Geht ja auch mit Kicks geht enden, das doch. Jetzt hab ich's genommen, ohne dass ich's brauche, oder was? Na egal. War hier irgendwas? Jetzt geht mir eh der Watchway verloren. Genau, das war so klar. Komm, dann schieß mal wenigstens einfach so mal ab. Okay, wir können hier nach oben. Wir gehen aber erstmal hier längs. Alter, diese Druckwellen noch. Die drücken einen richtig derweil weg. Okay, wir müssen mal ganz kurz heilen, doppelt. Das sind gerade ein paar Träume zerplatzt. Äh, ich meine Sensen. Jetzt wird mal drauf geschossen. Jetzt wird mal drauf geschossen, hier für die Blöde. Jetzt kommt die kleinen Minions-Sensen und die Kanonen weg. Ich frag nicht, wie man jetzt da drüben hinkommt. Aber das werden wir gleich rauskriegen. Aber das werden wir gleich rauskriegen. Jedenfalls nicht. Kann man hier eine Karte? Ich glaube, man muss dann wirklich hier müsste ein Eingang sein. Na ja gut, okay, dann sind wir wahrscheinlich dran vorbeigelatscht. Äh, wir können hier noch... Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir müssen es ja nicht heute durchspielen. Ich habe zwar gedacht, dass ich es heute durchspiele, aber es scheint ja doch schwieriger zu sein, als es ausschaut. So, hier längs... Ach doch, hier rüber kommt man. Ah, man hat nicht so viel Zeit verloren. Okay. Ähm, ja, von mir aus. So. Da hat es ja nicht so viel Zeit gekostet. Okay, ich weiß, was uns erwartet. Oh Gott, nein. Da kann ich die... Ich hätte es gedacht, dass sie gleich aufbrechen, aber... Na ja, komm. Gerade habe ich ein paar Treffprobleme hier. Ach, komm. Einer zieht sich zurück. Ach. 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 Man, ist das immer noch nicht platt, oder was? Ich küsse das so ab, ey. Können die nicht einfach kaputt gehen? Ich drück doch die ganze Zeit hier schon die Tasten. Das gibt's nicht. Ey, der ist immer noch nicht platt, oder was, der Champion? Endlich! Ich dachte, der geht nie wieder... Der geht nie bret. Ja, komm. Geht doch. Oh, er hat das jetzt ewig gebraucht. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Es war so klar, dass sie jetzt rauskommen. Toter Timmy! All right, okay. Oh, das hat er jetzt gebraucht, ey. Oh, der tote Timmy, der war ja noch okay. Mann, oh Mann, oh Mann. Die haben ja was ausgehalten. So, wir gehen jetzt hier die Treppe hoch. Hier haben wir hier mal doppelt ein Schaden. Ich will es jetzt noch nicht sofort verwenden, weil ich nicht weiß, was jetzt noch kommt, kurz vor der Tür. Der Butler, okay. Ich habe gerade mich jetzt aufgebufft. Okay. Okay. Wir sind weg, wir sind weg, wir sind weg, wir sind weg. Ach, wir müssen weg, wir sind weg. Ui, 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 ui. Oh, wir müssen wir springen. So, hier ist einer. Kräftiger Vampir-König. Alleine sind sie alle kein Problem. Problem ist halt einfach nur, die sind meistens in der Masse unterwegs. Und da hat der Victor ein kleines, ähm, komm, da ist wieder einer weg, so. Das ist komm. Ja, der Butler gekillt. Puh. Hang mir aus, wie das? Boomerang. Alter, ey. Puh. Was kommen die hier noch? Das war jetzt aber auch ein Krampf. Hier geht's so weiter. Sanctum, Sanctum. Okay, das scheint ein neuer Map zu sein. Dann haben wir uns wenigstens in Checkpoint erarbeitet. Ist das nicht was, frage ich euch. Ja, das ist was. Ja, das ist was. Besser als nischt. Okay. Sanctum. Eimer feathers. Vielen Dank.